Aber ich habe dich eine Bitte an dich, ja, guck mal, lass mich bitte ausreden, guck mal, ich habe eine Bitte an dich, guck mal, Bruder, wenn du im TikTok, wir haben heiliger Ramadan, guck mal, lass uns heil machen, lieber, weil, guck mal, du sagst, wenn Abu Hamza, ich habe alles mitbekommen, wo du Abu Hamza Ansage gemacht hast, ja, und du schießt gegen Arafat, weil du nichts gemacht hast, und der respektiert, der sagt, im live, du sollst die Leute nicht mehr machen, was ist das jetzt, Arafat, Arafat, was ist das? Einen Moment, ich zeige dir, guck mal an, guck mal, ich zeige jetzt dir, den beiden und den 800 Leuten, was du für ein Heuchler bist, du erzählst mir jetzt von Ramadan, Machair, Haram, wie ist das, wenn du ungläubig bist, und Alhamdulillah, du hast deine, ich meine so im Herzen, warum beleidigst du Leute, die Arafat, in Ramadan? Bruder, weißt du, warum sage ich? Nein, will ich nicht wissen, mach das mit dir und Allah aus, ich will das nicht wissen. Ey, guck mal, das mache ich mit mir und Allah aus. Genau. Ich rede mit ihm, ich fahre nach Berlin heute, ich mache vorhin nach Berlin, diese Woche, auf jeden Fall, aber bitte, ich sage zu dir, bitte, guck mal, wenn jemand dich beleidigt oder jemand dich herausfordert, bitte geh nicht auf die Leute, die ein gutes Herz haben und sonst was haben, das ist nicht korrekt von dir. Guck mal, ich bin genug reif für mich, ich bin genug reif für mich. Hab ich gesehen, Maschallah, haben wir alle gesehen, haben wir gerade alle gesehen, wie leidig bist, Habib, auf dein Hecht auf einen, mach dein Iftar, Habib, komm bei mir nie mehr wieder im Leid, Salam Aleikum. Wala, ich komme nicht, aber bitte, nimm nicht mehr Arafat seinen Mund und mich elf an den Mund, wenn du das nochmal in den Mund nimmst, du hast mit mir ein bisschen Probleme. Dann hast du mit mir Probleme, dann hast du mit mir Probleme, hast du verstanden? Magomet, auf Arafat seinen Kopf, auf Arafat seinen Kopf, nach Ramadan, ich rede. Ich schwöre, ich weiß, was du machen. Magomet, was ist das, was du machen? Magomet, ich weiß, was du machen. Hey Magomet, ja, ich bin wegen Papa Ari. Vielen Dank.